willkommen noch mal zum vorletzten video zum achten video die weko sputniks neuheit 2019 und da schauen wir mal ob die hier funktionieren auf diesen untergrund ich hoffe ja ich krieg die drauf ich bin gespannt viel spaß und da kommt er runter da kommt er runter die sind geil machen wir jetzt noch den zweiten mit der mini lunte richtig geil so da machen wir jetzt noch die vorletzte und den letzten noch sind ja wie die tornados von funke richtig danke fürs zu sehen